so ist nur in der Leine Lerner noch dann haben was weißt du jetzt aber wirklich finale ja wenn man mitgezählt hat dann wüsste man dass man jetzt 56 ach man hat sogar mehr genau so war es der Spieler haben mehr die Götter eingebaut und verbrachte das letzte Level genießen wir jetzt einfach mal noch nicht ich will hier durch das nicht durch das ist einfach nur durch die aufgrund eben noch als ein schöner Händler es ist ein wirklich schöner Händen ja aber nur mit dem sind die Zwitsch da war aber da waren Sachen und dann kauft ihr einen bei mir gibt es ein Bezug für drei Euro Mist ich will groß sein ich will nicht mehr groß sein oh ich bräuchte eine Blume aber ist nur für eine YoshiCoin will ich nicht will man nicht will ah hier kann ich rein mein hätte sein können naja oh Ziel cool Ziel und Tod noch jetzt du blödes Viech da hinten mit dem Ziel ne ich glaub nicht ne ich glaub nicht ja ja so jetzt guck mal mal jetzt müsste ich hier zurückkommen ne du musst erst mal speichern irgendwo an irgendeinem jawoll und das hat einen riesigen Cut-off erzeugt so und jetzt will ich wissen was mit dem P-Switch-Abschnitt ist ach Gott ich dachte hättest es eigentlich ne ich mach jetzt noch einfach weil die Aufnahme auch noch läuft guck jetzt noch ganz kurz was da bei einem P-Switch gegeben hätte muss erst mal gucken wo der P-Switch ist deswegen ja da ist er ja super ja mit ach jetzt so ja der Experte der Experte der geht den Weg halt doppelt und so ne weiß ich Bescheid nein und hier konnte man den drücken oh war er nicht hier doch doch da war der Tod aber hier war es nein immer noch nicht aber hier war fast aber hier war es ich wusste es doch ich habe es doch von Anfang an gewusst so hui nicht soweit sack und runter yay und was kommt da was kommt da oh mein Gott wie spannend oh Boni und die kälte Boni nein bleib hier ich weiß man hätte hier eigentlich Feder und Blume bekommen aber man das was ich mit dem P-Switch hier da drückt doch mal drauf oh er da war hätte aber mehr voller Münzen also hätte hier unten und so auch aber naja ich will mal nicht so sein bist du nicht zufrieden hier doch ich bin total zufrieden natürlich das episch so und tschüss alles klar alles super wir haben es geschafft finally jetzt musst du erstmal gucken und speichern was muss ich gucken speichern mal irgend mach mal irgendein Geist aus dem Speichern mach mal irgendein Geist aus dem Speichern mach am besten bis allererstes ich glaube das ist das einfachste warte mal eben kann man die nicht eigentlich auch nochmal nein nein jetzt hm jetzt machst du das schwierigst ich weiß das ging doch schnell ich hab doch keine Ahnung ging das nett schnell ich hab doch keine Ahnung lieber nicht ah der Pilz speichert bestimmt der speichert ja hi bye bist ja du musst schon in die Tür gehen wenn wir das speichern dann speichert der? quatsch ich glaube das ist ein Level oder er doch wird speichern ja schön wärs glaub ich aber irgendwie noch nicht dran ganz vergessen wie doof Joschi hier aussah naja ja ja ist dasselbe quatsch jetzt geh ich hier raus und dann naja du erzählst mir gut 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 gewachsen so machen wir das nochmal das müsste doch schnell gegangen sein keine Ahnung hast du vor fünf Monaten ich bin nichts das ist völlig korrekt echt bin wir echt schon Aber so ein Experte wie ich, ne, der macht das halt einfach nochmal. Ich springe voll in die Lava. Geh kaputt! Das ist ne Fehler, das rede ich. Ich möchte aber an der Stelle sagen, falls jetzt wirklich plötzlich die Aufnahme weg sein sollte, werde ich jetzt nicht nochmal extra ne kurze Aufnahme machen, um zu sagen, tschüss, das mach ich an der Stelle. Aber was ich ja eigentlich auch sowieso schon mal gemacht habe. Leider viel zu bald. Da guckt doch keiner mehr. Doch, doch. Nee. Also ich hätte schon lange abgeschaltet. Das hätte ich bei vielen Netzplays von mir auch, aber... Ja, bei allen? Nee, alle dann noch nicht, aber... Ach Mensch, ich will doch die Fehler behalten. Was willst du mit der Fehler? Mir das Leben einfachen und vereinfachen. So. Arsch. Ach, gittuck, gittuck, bist du weg. Ja, super. Er ist immer noch Experte, ja? Ja, guck, da haben wir's doch schon. Was war's eigentlich für'n Boss? Du sagst mal den Boss schon. Was warst du denn für'n Boss? Naja, ich muss dich dreimal treffen, das kann jetzt nicht so schwer sein. Brauch ich nicht. Will ich nicht. Aua. Brauchst du doch. Aua. Ja, ey. Ja, mal treffen kann ich so schwer sein. Na bitte. So, jetzt wird's gespeichert, haaa. Wird's gespeichert? Ich hoffe nicht. Na, ach. Na, ach. Wieso eigentlich mit dem Speichern? Ist doch Quatsch. Brauchen wir doch jetzt nicht ernsthaft noch machen. doch doch im Geistraum das ist doch viel zu lange ja genau macht das Geistraum, aber am besten das Fick würde ich nee doch doch in irgendeinem Level speichert der, weil ich habe auch danach noch gespeichert da kommen jetzt alle bekommen Experten so Scheiße in der Klinik die Klappe mit so und der Klinik jetzt wird 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 und vorsteller sich an in der letzten Punkt und aber eigentlich der letzte was das ist mit dem ersten passiert Nürnberg warum warum was macht er da Der schaut dir nicht zu Der hat auch schon abgeschaltet Ja Ich bin ja dafür, das Level hier in den Ways zu machen Ja, genau Aber das Fig wird extra, danke Unbedingt Aber wie ich einfach von Anfang an wusste Dass es da hochgeht und du die ganze Zeit versucht hast Mir das auszureden Ich hab's doch gar nicht probiert Ich hab's doch geschafft Nein, du hast Ach, du meinst, du hast versucht, du hast es geschafft Mir das auszureden Ja, eigentlich nicht Ja, das kann ich dann als Schuldgeständnis nehmen Auf jeden Fall, das ist gut Das wirst du jetzt immer noch in der Welt Ach, du bist ja gerade sogar in der Welt Aber aus anderen Gründen Ja, faule Ausfeder Nein, lass mich in Ruhe Ach nee, da unten will ich doch gar nicht rein Geht doch alle weg Ich will nicht mit euch spielen Ich will auch nicht mit dir spielen Ich will auch nicht mit dir spielen Und kuscheln mich schon gar nicht Aber wir sind nicht in Minecraft Ja So Ich weiß nicht, boah, gefühlten zwei Stunden noch du gesagt Ihr braucht mich mehr weitergucken Nein, gar nicht War Das war vor drei Stunden, so Danke Danke Hast du jetzt gespeichert oder bist du jetzt rot? Oder bist du jetzt rot? Siehst du hier ran 56 Ich hab auch 56 So 53 Ja, wir haben drei mehr gefunden Fantastisch Ach, Mensch, kam da echt noch eine komplette Welt Ich werde nicht mehr Gut, dann beenden wir das jetzt Ganze nochmal Wir bedanken uns fürs Zuschauen Ich auf jeden Fall Ja, danke Und dann sag ich Tschüss Servus Ciao